In einem normalen Leben können außergewöhnliche Ereignisse einen Menschen für immer verändern. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Ist da jemand? Von Großvater, als er noch schärfener bei der Southern Pacific war. Damit weiß ich immer, wie spät es in Memphis ist. Du hast nicht zufällig ein Streichholz bei dir, oder? Feuer! Schütt euch nur mein Werk an! Ich habe Feuer gemacht! Wir gehen davon aus, dass wir hier sind. 160.000 mal Pi, das ist 3,14. Die müssen eine Fläche absuchen, die zweimal so groß ist wie Texas. Und läuft uns die Zeit davon, dann ist das eine Sünde! Deshalb kehren wir hier nie den Rücken zu. Ich liebe dich. Du bist die Liebe meines Lebens. Lieber gehe ich draußen auf dem Ozean das Risiko ein, als hier auf dieser Insel zu sterben. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, Grazie Tut mir erfiese услuch. hٹ und Lifeshout 2 3